Wir von der Firma ADER sind ja mit dem Messeverlauf sehr sehr zufrieden, da wir wieder einmal zeigen konnten, wie ADER sich in Zukunft präsentieren möchte. Unsere Produkten erhalten sind die Sitzgarnitur Barcelona und die Sitzgarnitur Naomi. Weitere Neuheiten bei ADER im Bettenbereich ist das Bett Benita mit dem Materialmix, unsere Boxspringbetten in den unterschiedlichsten Formen und sehr moderne Betten mit Chromleiste bzw. Rückenverstellung. Die Trends in Zukunft bei Poyster Möbel sehe ich nach wie vor sehr stark im Funktionsbereich, sehr stark im Trend Funktion Rückenverstellung oder Sitztiefenverstellung. Wir glauben, dass wir das Jahr 2012 trotz einer wirtschaftlich schwierigen Entwicklung umsatzmäßig gut überstehen werden, da wir mit unseren vier Betrieben sehr gut aufgestellt sind. Sitzgarnitur 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 Vielen Dank.